Ja, hier haben wir ja auch schon einiges mit Musik gemacht. Wir haben ja den Arne, der ja hier ab und zu Musik macht, den Frank, der auch am dritten in Hannover war, auch klasse Beitrag geleistet. Unsere Zähnab, die ja auch hier schon was vorgetragen hat, musikalisch. Und haben gesagt, okay, warum hol ich nicht meine seit 25 Jahren verstaubende Gitarre, mal wieder zum Vorschein und begleite einfach mal Zähnab. Sie hat ein Lied geschrieben für die Braunschweiger Mahnwache. Wie kann es sein, dass unsere Arbeit keinen Wert mehr hat? Und warum machen wir den ganzen Amazonas platt? Menschen hungern, Tiere leiden und die Erde blutet aus. Doch der Rüche sitzt am Lenker und stellt seinen Toro auf. Jemand muss was sagen, jemand muss kurz resitieren, damit wir nicht aufsehen, was uns einer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier, auf uns am Blatt und Schlag über uns wacht, wir hängen durch zu Wort, ob bei Regen oder Vernein. Und da sind wir da, für den Frieden, für die Liebe, Jahr für Jahr. Wie kann es sein, dass Waffen Frieden bringen soll? Und wer versteht, warum die Reichen immer reicher werden wollen? Warum Mütter, ihre Kinder nicht mehr recht durchs Leben führen? Und die Leidenden der Kriege seine Herzen mehr berühren? Jemand muss was sagen, denn jemand muss protestieren, damit wir nicht aufsehen, dass uns aller Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier, auf unserem Platz und Schlag über uns wacht, wir hängen durch zu Wort, ob bei Regen oder Sonne, und am Tag sind wir da, für den Frieden, für die Liebe, Jahr für Jahr. Wie kann es sein, dass Handys teurer sind, als Menschen leben? Und dass wir auf unsere Freiheit keinen Sinn mehr geben? Warum glauben wir dem Fernseher mehr, als unserem Verstand? Und wir denken, das zu ändern, läge nicht in unsere Hand. Komm, du kannst das ändern, und du musst akzeptieren, dass wir sonst noch den Geist unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier, auf unserem Platz und Schlag, über uns wacht, Wilhelm, hoch zu Wort, bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da, für den Frieden, für die Liebe, Jahr für Jahr. Wie könnte es sein, wenn die Grundkulturen lernen, anstatt dass wir uns von Welten und Moral entfernen? Helfen gehen macht uns glücklich und die Einsamkeit bei Wind, wenn ein jeder sich auf Liebe, Freundschaft mit Gefühle sind. Komm, du kannst was sagen und du musst präsentieren, damit wir nicht auf den Lass unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vor dem Schlag, über uns wacht, während uns zu wach, ob weinig ist oder sammeln, im Montag sind wir da für den Frieden. Für die Liebe, ja dann stehen wir wieder hier auf unserem Platz vor dem Schlag, über uns wach, während uns zu wach, ob weinig ist oder sammeln, im Montag sind wir da für den Frieden. Für die Liebe, ja, 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 ja. Applaus Da wir erst einen Lied hatten, haben wir gedacht, das ist ein bisschen wenig, da haben wir einfach mal ein sehr altes Lied rausgesucht, es geht um einen Mann, der erkannt hat, dass es nicht wirklich Sinn macht, in Sünde, oder was heißt Sünde, einfach so in Misständen zu lehnen, oder nur den, 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 den. Wohlstand zu krönen, oder das, was einem einfach Spaß macht, und der aber dann trotzdem letztendlich wieder dahin geht, also er wusste es, aber er ist dann trotzdem wieder dahin gegangen, ist der, das liegt, die meisten werden es vielleicht kennen, und ja, wir versuchen es mal zu spielen. Musik 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 And God, I know I'm one